Ich kann das ja erstmal nennen. Bauprojekt... A... G... Haus. Das A steht für Amazing, das G steht für Gewächs und dann Haus. Ein großes... Ich wollte nicht... G, G hinschreiben. Wir brauchen auf jeden Fall ne Menge Erde. Ach, weißt du was, das kann man doch... Was macht eigentlich unsere kleine... Ja, wirklich scheiße, ja, das weiß ich selbst. Okay. Hier haben wir das schöne Glas. Wir haben ja noch eigentlich genügend Stakes. Bauprojekt AG Haus. Okay, dann haben wir das Lager fertig. Und das kleine Gewächshaus. Okay. Was brauchen wir überhaupt hin? Nämlich ein Mittelhaus. Ach, schreiben wir mal... Schreiben wir mal viel hin. Ähm, was brauchen wir noch? Erde... Wenig... Äh... Wer ist das jetzt? Komm... Heiß... Halt, heiß, traurig auch. Mittel... Äh... Aber hier oder was anderes hinlost, genau. Seeds... 4... Ok. Für Bauprojekt AG Haus. Ah ja, vernünftig. Bevor wir das aber bauen, bauen wir uns ein vernünftiges Haus. Ähm, das vernünftige Haus. Wo bauen wir das. Genau. Das mag ich auch mal. Von hier. 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 Stimmt ja hier, wo unsere Bäume angepflanzt. Ah ja. Dann werden wir diese Bäume auch mal abernten müssen. Ähm, sorry. Ich muss den gerade mal mit oben ein bisschen so. Okay. So. So. Bam,uso. Toch. Dat wird ja was. So. So. Wo ist die, den stand? So. 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 Ich weiß nicht, wie es die Bombe ist, aber ich weiß nicht, wie es die Bombe ist. Hm. Oh mein Gott. Ah, ich vergesse immer was zu erzählen. Äh, was mache ich denn gerade? Was soll ich denn so machen? Okay. 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 Zack, zack, zack. Ah, ich habe irgendwie ein bisschen viel kalkuliert. Das heißt, ich kann bewegendes Ereignis, ne? Okay. Nur. Das reicht. Ja. Ich fang jetzt mal im Regen hin. Warum kommt eigentlich kein Geräusch vom Regen hinfragen darf? Komm, guck mal. Hm. Also eigentlich ein bisschen Sau. Okay. Ähm. Ich habe schon gesagt, ich werde den Boden erstmal hier. Vielleicht bauen wir mal die Fläche hier ab. Und dann werde ich, also hier unten an den Seiten, das Ganze direkt noch verbauen. Und ja. Hm. Ich halte doch direkt dabei. Also. So, 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 so. So, 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 so. So, 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 so. Und ja? Ihr dürft schon ein guter Werk, wie ... Das ist jetzt ein Zeich. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Oh, 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 okay. Heutiges mal gucken. Ich muss mal eben was gucken. Okay. Also, wir haben jetzt genug Glas. Oh, da brauche ich diese schönen Bilder eigentlich. Vielleicht, ich mach das mal so gerade. Scheiße. Was brauchen wir hier? Nein, wir brauchen zwei davon. Und einen hier von. Und wir brauchen hier davon einen. So. Und dann, das haben wir hier. Okay, das ist nicht so, dass wir hier. Das ist nicht so, dass wir hier. Das ist nicht so, dass wir hier ausprobieren. Okay, das ist ... hm Oh mein Gott. Also.. ..und dem schwarzen.. ..und auf den Dachdokon.. ..und scheinen die hier.. ..und sind niemand da.. ..und die Bette einenondent.... ..und du hast dennoch.. ..und, da kann man auch.. ..und, da kann man sich meine Beine.. Das war's. ähm, das, ähm, können wir, ich, ich benutze am liebsten, hier dieses, 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 genau, Kieselstein, also ich habe hier den Namen ausgefunden, hm, okay, wir haben uns hier eine schöne Treppe, oh, wir haben uns mal hier schon, mal so eine schöne Treppe gebaut, an der können wir auch gut hoch, okay, jetzt sind wir wieder rum, ja, könnt ihr ja eigentlich alles sehen, wenn ihr seht, nicht schlimm oder so, hm, oh, scheiße, jetzt hätte ich es nicht vorgekommen, okay äh, 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 ä Oh! Ja to dehnem. Hala, ich bin nurzig. So, dann höre ich mal aufhören. So Leute, wir haben da schon ein paar Sachen gemacht, wie hier zum Beispiel. Ähm, da fällt mir gerade was ein. Ja, ich hab total verpeilt. Okay, so. Na, dann sag ich mal Tschüss Leute, ne?